Sie leben in Österreich und haben Ihren neuen Job in der Schweiz oder Lichtenstein gefunden? Herzlichen Glückwunsch! Mit der Freude kommen jetzt aber bestimmt auch einige Fragen. Rechnet sich der neue Job überhaupt für mich? Wo muss ich meine Steuern bezahlen? Wie kann ich mich am besten krankenversichern? Kann ich mein Bankkonto in Österreich behalten? Was muss ich bei der Anmeldung beim Finanzamt beachten? Beim Blick ins Internet finden Sie viele Antworten. Oft jedoch zu viele. Worauf können Sie sich nun verlassen? Auf uns! B-Quadrat ist Ihr unkomplizierter Problemlöser in Sachen Grenzgängerberatung. Schon vor Unterzeichnung des Arbeitsvertrages sind wir für Sie da. Wir berechnen Ihren Nettolohn und geben Ihnen erste Informationen zur Krankenversicherung. Wenn Sie sich für den Job entscheiden, gehen wir gemeinsam ins Detail. Wir vergleichen Versicherungsanbieter und deren Tarife, damit Sie das beste Angebot für sich finden. Wir zeigen Ihnen, welche Vor- und Nachteile ein Bankkonto in Österreich oder der Schweiz hat, helfen bei der Anmeldung beim Finanzamt und geben Ihnen praktische Steuertipps. Bei uns sind Sie in den besten Händen, auch wenn alle Verträge unterschrieben sind. Sie können sich immer auf uns verlassen. Ein Anruf, eine E-Mail oder ein Klick genügen und Sie erhalten alle Antworten, die Sie benötigen. Gemeinsam mit unseren Kunden lernen wir seit mittlerweile fast 20 Jahren, was es heißt, Grenzgänger zu sein. Und Sie profitieren von diesem umfassenden Erfahrungsschatz und unserem hervorragenden Netzwerk aus zum Beispiel Steuerberatern und Rechtsanwälten. Als unabhängiger Versicherungsmakler und Grenzgängerexperte finden wir definitiv die beste Krankenversicherung zum besten Preis für Sie. Zudem haben wir als Österreichs größtes Beratungsunternehmen für Grenzgänger Sonderkonditionen bei vielen Versicherungsanbietern. Vereinbaren Sie gleich Ihren kostenlosen Beratungstermin mit uns. Jetzt Beratungstermin vereinbaren, damit aus Ihren Fragezeichen schon bald Ausrufezeichen werden.